Und ich begrüße euch zu einer weiteren Episode von Borderlands Live-Let's-Play. Ja, schön. Wir haben zum Schluss... ...Pet gefeilt. Genau. Wir wollen jetzt das Catch-your-Wide wieder reparieren. Oder auch nicht. Ach ja, genau. Wir sollen über den Piss-Wash-Ring. Wir holen uns aber erstmal die neuen Bests. Hier am schwarzen Brett. Blutige Reifen. Scooter lässt euch diese Post fahren. Ja, weißt du, was lustig wäre? Straßenkills, über jedes lebende Ding zu fahren, das dumm genug ist, vor unserem Kühlergrill zu laufen. Aber ich glaube, du bist zu zart beseitet. Ich wette 500 Credits, dass dir der Mumm fehlt, einen Straßenkill durchzuziehen. Ja, ja. Und das versteckte Tagebuch. Arid Badlands. Äh, lade fünf Tagebucheinträge von den Datenschreibern in Arid Badlands her. Hier spricht Patricia Tennis. Und ich spreche jeden an, der nicht nur Stroh im Kopf hat. Ich habe fünf Datenrekorder in den Arid Badlands versteckt und will sie wiederhaben. Versteckt man das und will sie es wiederhaben. Hör dir jede Aufzeichnung an. Dein Echo-Gerät wird alles aufzeichnen. Sobald du alle fünf Aufnahmen gesammelt hast, musst du sie auf das schwarze Brett übertragen. Gut, wir holen uns erstmal ein CatcherWide und wir machen den Straßenkill. Genau. Und man sieht, das zeige ich auch nochmal eben, man sieht hier, ob das halt die Storyquest ist oder eine Sidequette. Die bringen mir ja schon gar nichts mehr. Wo ist das Vieh? Jetzt werden wir erstmal nicht klein hier los. Ah, noch zwei. Man kann, muss man es so demonstrieren, so ich lade nach. Normalerweise dauert die Animation so lange. Und jetzt kann man es unterbrechen. Wow. Fietenwerfer oder MG, wir nehmen den MG-Fahrzeug generieren. Ich hab die Karre. Das ist ein echtes Schätzchen, Mann. Meine Karren sind nicht die schönsten, aber sie bringen's, wenn du sie brauchst. Und benutzt mal den Boost, dann weißt du, wieso jeder ein Gefährt von Scooter will, Mann. So. So wechseln wir. F den Boost. Wir überfahren jetzt einfach hier die Skeks. Und lenken ist sehr ungewohnt, weil man echt dem Ziel lenkt. Boah. Also mit dem Fadenkreuz. Hat ja wunderbar nicht geklappt. Sind wir schreckliche Fahrer. Oh Mann, bist du gerade in einem von meinen Kamen über die Pisswash gerade hier gejumpt? Mann, ne, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. Das Ding hält natürlich einiges aus. So, zehn Straßenkills. Wir überfahren aber noch fleißig weiter. Der denzt da vorne einen ab. Ich glaube, der den Raketen wäre so ganz gut. hat dennoch erwischt wo wir als aufgabe hier so aufzumachen hat alles getan um reisende zwischen firestone und new heaven zu verhindern aber jetzt gibt es einen hindernis weniger die leute können sich wieder frei bewegen ich habe was für dich rückkehr zu setz zu sehr zurück und tali mit dass du den catcher right repariert hast er wird sich darüber freuen wird ihnen ein bisschen aus er wird dir sicher etwas für deine mühen ausspucken wenn nicht kannst du ihm bestellen dass guter ihn persönlich besuchen wird um ihm eine abreibung zu verpassen wir schauen aber erst mal hier genau die datenträger die wollen wir ja auch noch haben wir wollen sie aber bitte in reihenfolge hören es gibt eine kleine reihenfolge ich weiß nicht ob ich hundertprozentig wieder so aber versuchen kann man es ja dort man immer nie man ich wollte es dollar 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 sagen weg so hier ist der andere weg hintergeht hier so selten lang wollen wir mal einmal zurück ich wollte gerade sagen wir kommen doch in der regel immer drei so dann nehmen wir das level ab shotgun schaden und wieder neue mission verfügbar oder blutige reifen ha ha das war jeden cent wert aber sei vorsichtig scooter versteht keinen spaß er hat mir meine catcher right erlaubnis erzogen nachdem ich mit zu vielen blutbeschmierten pumas zurückgekommen bin schock kristall ernte sammel schock kristalle in der lost cave schock artefakte verbessern deine fähigkeiten mit der kraft der blitze die schlüssel komponente eines solchen artefaktes ist der schock kristall kann ja so ein artefakt machen aber du musst dich in aber du musst die kristalle besorgen begib dich zur lost cave und schieß auf kristall klumpen um sie herauszubrechen hüte dich vor dem banditen sich in der höhle aufhalten aber alle kann es ankommen wieder mal in der nähe der kreuzung auf dem weg zur mine findest du einen gewissen chef slash hat seine ganze familie getötet und ein zelt daraus gemacht echt hart dieser chef ist ein guter typ wär schön wenn du ihm helfen würdest ich mach nicht gern komplimente aber das war guter informierer set dass der catcher right repariert wurde die hiesigen bewohner meinten du hättest die barrikade beseitigt und wärst nach new heaven abgehauen ich wünsche dir wirklich glück aber es wimmelt noch von banditen in dieser gegend sledge ist noch immer da draußen und unter uns sagt ich bewege meinen hintern nirgendwo hin bis ich genau weiß dass ich nicht aufgespießt werde sledge treffen mit chef ich glaube du kannst sledge jetzt jagen du findest ihn vermutlich in der alten headstone mine aber du kannst dort nicht einfach so hinein platzen die mine ist fest verschlossen wenn es einen weg dort hinein gibt kennt ihn chef sanders er war vorarbeiter bei dal bis sie von hier abgezogen sind und ihn zurückgelassen haben du findest ihn bei der kreuzung er behält dort die banditen im auge so viele quäste ähm wir wollen alle quests in allen gebieten wir machen also erst das tagebuch dieser mann sledge hat etwas das wir brauchen du musst es dir holen sledge ist ein übler typ er hat die bewohner von firestone schrecklich misshandelt tu was du tun musst steige ein schafften wir das noch weh 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 naja jetzt kommen sie wenn ich ausgestiegen so die truhen kommen auch immer wieder neu gefüllt aber level 7 ich glaube genau die waffen und so dann dementsprechend 843 auf pandora jedenfalls glaube ich es ist mein 23. tag hier es fällt schwer sich an die mondzyklen hier zu gewöhnen eine planetenrotation also ein tag dauert über 90 stunden die leiter auf diesem staubklumpen hier sind wohl das bonierteste was ich in der ganzen galaxie gesehen habe wenn ich ihnen fragen über die kammer stelle ernte ich alberne kinderreime und wirres gerede über einen der einen kannte der einen kannte der einen kannte sie plappern wie betrunkene oder geistig behinderte und sie nehmen mich gar nicht richtig wahr würde ich an die hölle glauben ich würde sie mir vorstellen wie pandora andererseits würde ich an so etwas glauben wäre ich auch nicht besser als diese neandertaler hier thema wir sammeln sie in reihenfolge 1 reihenfolge 1 gar nicht wo welches ist eigentlich ich habe immer gedacht dass das das erste war jetzt haben wir aus gesehen die waffe hier ausgerufen dies ach nee wir haben ja noch einen waffenslot aha lalalalalalalalalalalalala bonehead ist auch wieder da genau wahren sie haben wir heute in dervoir gegen 10 die die Oh, voll. Oh, voll. Wenn du in der Kammer stößt, siehst du, dass du grobe Waffe bist. Wenn du erst auf Kredit bist, hinunterkommst du dir das Beste gekauft werden. So, jetzt haben wir wieder sechs Slots. Jetzt könnte man die eine Waffe wieder einsammeln gehen, aber muss man nicht. Ah, dass die da immer wieder respawnen, sobald man noch dieses... Nöööö. 1 ist auch hier aber da mir das andere angezeigt wird gehe ich davon aus dass ein wegen schauen wir uns jetzt ach das ist in dem gebiet gerade die schläger kleine problem so angenehm aber das fahrzeug ist natürlich auch nicht unbesiegbar besser gar nicht wie das ist wenn man in dem fahrzeug wenn das fahrzeug kaputt geht doch mal ein schluck im stil so links und rechts glück schieße ich das hat jetzt keiner gesehen wie oft ich daneben geschossen habe so sesam öffnet ich hat halt eine gesundheitsregeneration wie war das noch immer so so mali waren beides mali waren genauer genau ich auch sechs schuss 200 schaden einer der waffen um eine hohe chancen falsche seite heute ist der sechsundsiebzigste tag als ich vorhin aufwachte hoffte ich zunächst alles wäre nur ein albtraum gewesen wir hatten sechsunddreißig stunden damit verbracht unser camp näher an die ausgrabungsstätte zu verlegen als wir plötzlich von skates angegriffen wurde und hungrig nach ihrem winterschlaf die hälfte meiner leute wurde gefressen die hälfte meiner leute wurde gefressen ich überlebte weil ich mich unter einem kollegen versteckte der über mir zerfetzt wurde sein name war karl aber ich empfand keine trauer nein ich habe mich sogar gefreut karls hocker war nämlich bequemer als meiner ich schnappte mir den hocker und dann bemerkte ich das leuchten der steine an der grabungsstätte kam da jetzt nichts mehr oder habe ich das außersehen verbrochen tagssechsen heute ist der sechsundsiebzigste tag als ich vorhin aufwachte hoffte ich zunächst alles wäre nur ein albtraum gewesen wir hatten sechsunddreißig stunden damit verbracht unser camp näher an die ausgrabungsstätte zu verlegen als wir plötzlich von skates angegriffen wurden wilde kreaturen und hungrig nach ihrem winterschlaf die hälfte meiner leute wurde gefressen ich überlebte weil ich mich unter einem kollegen versteckte der über mir zerfetzt wurde sein name war karl aber ich empfand keine trauer nein ich habe mich sogar gefreut karls hocker war nämlich bequemer als meiner ich schnappte mir den hocker dann bemerkte ich das leuchten der steine an der grabungsstätte ah ok tag 119 ich bin fast eine stelle lang weinend in der dusche gesessen interessant weil wir seit tagen kein wasser haben mein geisteszustand passt sich wohl dem der anderen ausgrabungsteilnehmer an die untersuchung der symbole und leuchteten muster hier erbrachte endlich den beweis dass aliens hier auf pandora gewesen sein müssen die fällige feier fiel aber bescheiden aus da mir nur zwei kollegen geblieben sind und die fette diese chemie kann ich nicht leiden das heißt ja wissenschaftliche erkenntnis fordere opfer aber ich hatte nie verstanden was damit gemeint war bis jetzt ja pandora fordert opfer so holen wir uns das letzte tagebuch nochmal umsteigen mal gucken ob wir hier so ein bisschen aufräumen können den interessiert das gar nicht was das das die bis die sind die und die 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 Okay, wir machen denen keinen Schaden. Das bringt nichts. Drei Schaden mit der Schrotflinte. Äh, mit dem SMG. Oh, wie war das? Sie sind totenkopf und nehmen die Beine in die Hand. Dann nehmen wir die Beine in die Hand. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes tun können. Thrust Cave oder... Nein. Wie machen wir das? Die Schockkristalle. Dann Wegpunkt auf der Karte. Warum werden hier immer Wegpunkte? Oh. 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 Okay, das war so ein fies Gags. Ich weiß nicht, wie das Ding schiefsteht. Danke, aber... Train just stopped him. Sitzplatzspiel tot. Quatsch. So, da haben wir die Frost Cave. Hm, mal gespannt. Also ab hier wird es wieder schummrig, also da weiß ich nicht mehr allzu viel. Da müssen wir echt aufpassen wieder. 6.000. So, von der Shotgun auf jeden Fall. Granaten. Hm. Äh, zu wenig Schaden, zu wenig Schaden. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Gott sei Dank können wir einfach so raus. Also Stufe 15, Gegner, ich habe ja noch nicht. Hey, Schroger, seid vermutsch, dein Gefährt auf. Steige ein. Hä, da sind besser als Sohn. Hä, da sind besser als Sohn. Ah, das kann ich machen. Gut. Hä, da ist es im Rollstuhl. Jedenfalls nicht. Dann fahren wir mal zu Shep. Hallo Shep. Hallo mein Freund, ich bin Shep Sanders. Ich beaufsichtige den Betrieb der Zephyr Substation. Aber siehst du, dass Shep Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Und der Headstone Mine. Jedenfalls war ich dafür verantwortlich, bis da, als ich vom Acker gemacht habe und die Banditen hier eingezogen habe. 3. Wow. So, der Minenschlüssel. Du willst Sledge aus der Headstone Mine vertreiben? Schön für dich. Tja, du bist wohl verrückt. Aber ich lasse dich nicht im Ring stehen. Du brauchst den Schlüssel. Jetzt habe ich ihn unten im Büro der Zephyr Substation gesehen. Sapphire. Klingt, glaube ich, besser. Allerdings werden die Banditen etwas dagegen haben, dass du ihn findest. Mach einen Abflug. Eine ganze Schar von Racks umkreist noch immer die Windturbine der Zephyr Substation. Vorerst mögen die Banditen die Turbine kontrollieren, aber ich werde sie zurückerobern. In der Zwischenzeit kann ich keine Racks gebrauchen, die in die Räder fliegen und das Equipment beschädigen. Daher möchte ich, dass du den gesamten Schwarm vernichtest. Und fang den Wind. Einer der jüngsten Banditenangriffe hat alle Windräder der Zephyr Substation stillgelegt und fast den gesamten Strom in der Region unterbrochen. Die Banditen ziehen sich jetzt zurück, also brauchen wir jetzt jemanden, der die Windräder wieder in Betrieb nimmt. Derjenige muss die Turbinenbremsen lösen und den Hauptschalter umlegen. Gut. Sind wir hier? Barrett Hills. Dann schauen wir mal, welche Mission hat denn wo ein Aufstieg? Barrett Badlands. Aufflug. Machen wir die zuerst. Ach, das ist das Nest oder wie? Natalie. das nest hier irgendwie zerstören oder wie die springt aber lang ist das ein ekelhaftes geräuchte was haben wir denn hier noch irgendwas erkunden aber nachladen alles gut als nächstes können wir die windturbinen anmachen auch gerne warum der immer wieder weg diesmal machen wir es ohne fahrzeug diesmal gehen wir hoch einmal den schalter so ziel getroffen wir hatten immer besser mit dem scharfschützengewehr können wir erstmal hier unten einsammeln oh ne bessere waffe oh volles inventar so ungewohnt hier in borderlands 76 gott gott dann gehen wir halt den regulären weg das glaube ich auch die äxte her das ist ein bisschen auch noch mal ich bin ich bin es ist ich bin es ist es ist es ist es ist so eine aktiviert war ja klar dass das wieder irgendwas auslöst versuchen würde es nicht klappen oder was ist jetzt bis darüber brauche munition immer zwei hängen da drin Einer ist da drin. Ich hatte es. Wenn eine Rakete oder so geschmissen wurden. Dann hatte man nicht. Ach, Moment. Hier war ich doch eben für den... Hier war ich doch eben schon mal. Meine Güte. 200. Waren sie weg! Voll erwischt, du Arsch! Hahaha Und die nächste Also ich bin nicht immer hier drüber hoch gehüpft Nein Hi du Witzker Ist da noch was drin? Ah Now you cannot get in the mine because I have the keys Anstelle der Schlüssels hast du eine Notiz gefunden Die dicke Staublicht darauf lässt vermuten Dass der Schlüssel in extra Zeit nicht zurückgebracht wird Muss war anders nach ihm so Zum Safehouse Die gefunden Notiz liegt nahe Dass der Schlüssel zum Mientor in Sledge Safehouse im Norden liegt Okay scheint ein Bug gewesen zu sein Also ich würde von einem Bug ausgehen Dass ich jetzt zweimal Die Quest annehmen durfte Oder abgeben durfte Level up Sehr gerne Vor allem Ja Scharfschützengewehr ist schon leer Brauchig Aber Jetzt müssen wir ein Stück laufen Denn wir haben ein Fahrzeug dabei Hinten steht es noch Irgendwas da liegt Egal Taschen leeren Wer braucht schon einen richtigen Arzt Wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Nadeln hat Ja 1286 Leicht Ist sogar schlechter Feuerrate Klar Geht ein mit 3 Kauf dir ein ErsteHilfe-Kit Du wirst es nicht bereuen Auch noch das Scharfschützengewehr Das Kommt mal jetzt weg Ja Man kann leider ja nicht Sachen irgendwo verstauen Wir sind jetzt Level 12 Ob man jetzt nur Schatz dahinten kann Fahren nochmal dahin Mehr wie versuchen Können wir es nicht Ja Beziehungsweise Wir könnten Versuchen Ich gehe mal hier um die Ecke vorher Ich wollte Jajaja Da waren wir jetzt hier Oh ein Badass-Saurus-Gag Wir versuchen es mal Ok damit machen wir noch Wir machen Schaden Aber noch zu wenig Ich gehe mal hier um die Ecke Was ist denn hier? Die Kampfarena. Ja. Die Kampfarena ist das hier. Aber halt nicht so eine PvP. Ich glaube, man bekommt hier je Runde... Je weiter man kommt, dann was... Es ist zwar... Was ist denn die Waffe gebrockt? Es ist zwar schade, aber... Ich meine, meine Güte... Wir können halt nicht die ganzen Plätze verschwenden. Außer der Raketenwerfer, der bleibt natürlich. 9000... Ausdusten unter... So, mit dir kann man reden. Okay, du machst nichts. Ja. Einmal sind wir doch noch zu früh hier. Dann wieder hinaus. Aus. Enden. Hier nochmal eine Schau... Ja, dann wo denn? Warum denn? Ey. Das ist einfach zu wenig. Jetzt hat der Skag mein Fahrzeug kaputt gemacht. Jetzt müssen wir laufen. Du bist Vieh. Es tauchen halt immer wieder Überraschungen auf. Dann immerhin können wir rennen. Nachladen dabei. Klappe. Hier auch. Klappe, Q. Gut. Dann wird das leider noch nichts. Dafür müssen wir dann echt noch zwei, drei Level schaffen vorher. Zwei mindestens. Dann besorgen wir uns jetzt mal den Minentorschlüssel. Wir können hier, glaube ich, erst abziehen. Ja. Nicht schlecht geschossen. Ich hoffe, die Turbinen nehmen keinen weiteren Schaden. Das Stromnetz, wenn man es denn so nennen kann, ist wieder aktiv. Als nächstes musst du alle Klimaanlagen finden und einschalten. Nee, ist nur ein Witz. Dahl hat die alle konfisziert, als sie die Turbinen eingeführt haben. Irgendwas von wegen grün. Hab auf diesem Planeten allerdings noch nie was Grünes gesehen. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer einspaziert. Ja. Nee. Danke. Erst mal. Die Klimaanlage. Dann gehen wir mal in die Arid Hills. Ja. Und schauen uns da ein wenig um. Sorgen uns nicht. Simpel aber hat er recht. Explosive Bouncing Betty. Mach uns da gerade. 72. Was ist das? Aber wir wollen erst die Mods alle drin haben. Sniper Rifle. Combat rifle. Nicht Angriff, sondern Verteidigung ist die beste Verteidigung. Kauft ihr einen Schild? Markus redet jetzt von einem Schild. Okay. Was? Was? Gags. Mehr von denen. Die Shotgun ist natürlich effektiv gegen die. Fahre da rauf. So. Warum schwer, wenn es noch einfach gehen kann? Ich muss doch sagen. Da höre ich aber noch welche. Wir haben aber auch eine lange Zunge. Wir haben aber auch eine lange Zunge. Die ist aber langsam. So. Mach dich mal nützlich. So. Mach dich mal nützlich. So. Mach dich mal nützlich. Wenn ich will, würde ich das tun. Ich dachte, jetzt schon, da liegt ein Arketenwerfer drin. Schieb dir das in den Arsch! Geht gleich was in den Arsch. Welche Jungs? Du bist allein? Nein, da ist nichts drin. Hier liegt noch einiges. Flame ist voll. Ja, toll. Ich wollte sie nicht triggern. Er hatte eine Feuerwaffe, wollte ich gerade sagen. Jetzt bitte versuchen, da hochzukommen. Rack rum. Geh mal ernsthaft, wie kommt ihr denn da jedes Mal hoch? Ja. Mit Dauerfeuer. Ja. Oh. Oh. Das glaubst du nicht! Heit von deinem Schöpfer! Willst du schreien bevor wir die Karte? Ziel getroffen Oh oh Das wäre beinahe ins Auge gegangen mit der Granate So hier war das blaues Okay Done ich habe gerade nur der waffe hinterhergeguckt die da runtergefallen waren und immer voll und die richtigen hier war so ein pfeif davon ihnen klingt immer eklig ich wollte mal guten tag sagen ich auch ich habe zu hohen und 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 verkaufen können, um rauszugehen, die Kiste zu öffnen, um wieder reinzugehen. Wir gibt's Medikamente. War die Musik schon so bedrückend. So, apropos bedrückend. Wir holen uns jetzt erstmal die Kiste hier oben. Wir holen uns jetzt erstmal die Kiste hier oben. Für Beute ist immer Platz. Eins. Zwei. Ah, das sind alles holen, okay. Okay. Ging ein Combat Rifle aus. Warte, das ist... Sogar eine Pistole, die mehr Schaden macht, als dass er so... Okay. Hm. Das finde ich schwierig zu spielen. Das lädt schnell nach. Okay, gut. Okay. Wir gehen in das Haus rein. Wir sehen uns aber erst bei der nächsten Folge im Haus wieder. E. Oh. E. E. Sports. It's in the game. Vielen Dank fürs zu sehen. Und beim nächsten Mal durchsuchen wir Sledge a safer house. Bis dann.